Könnt ihr mich ganz sehen? Ja, das muss jetzt halt so gehen. So, guten Tag ihr kleinen Scheißer. Ich wünsche euch erstmal einen sehr schönen Tag. Ich möchte euch auch nicht lange stören. Es gibt zwei kleine Ankündigungen, die ich ganz schnell raus in die kleine Welt hauen möchte. Die eine Sache ist, ich habe eine Schmuckkollektion gemacht. Ja, bald kommt meine Schmuckkollektion raus. Falls ihr euch dafür interessiert, was ich da gemacht habe, ist unten in der Infobox ein Link, wo ihr euch eintragen könnt, wo ihr Bescheid bekommt. Wenn das Ganze, ja, online geht. Und da steht auch so ein bisschen was zu der Bedeutung und so. Könnt ihr gerne mal schauen. Setze ich oben in die obere Zeile. Genau, und die zweite Sache ist, dass Kevin und ich heute Abend gerne einen Livestream machen würden. Aber wir würden den sehr gerne auf Instagram machen, da wir unterwegs sind und nicht so viel Datenvolumen verballern wollen. Deswegen wollte ich euch nur gerade Bescheid sagen. Wenn ihr Bock habt auf einen Livestream mit Kevin und mir, dann kommt gerne bei Instagram vorbei. Genau, da machen wir das heute Abend. Ich blende hier meinen Namen ein, falls ihr da noch nicht seid. Genau, und warte mal, um wie viel Uhr machen wir den? Um 20 Uhr. Habe ich jetzt einfach mal so entschieden. Ich freue mich über jeden, der vorbeikommt. Wir können über alles reden. Wir können über den Schmuck reden. Wir können über unsere Reise reden. Wir können darüber reden, warum ich gerade in einem Campervan sitze. Wir können aber auch über unsere Periode reden. Über Ausfluss. Über alles, was wir wollen. Ihr seid kleine Hasen in winzig kleinen Vasen. Peace up. Ey, Town, wir sehen uns heute Abend. Ich halte meine Schnauze. So kurz war das Video jetzt doch nicht. Da kommt der Kevin. Ich muss weiterfahren. Wir sehen uns. Macht's gut. Ich halte mich hin. Bis zum nächsten Mal.